In der Hinrunde kann mich leider zu wenig einsetzen, da ich erst spät zur Mannschaft zugestoßen bin. Außerdem habe ich eine Verletzung am Oberschenkel erlitten. Auch in diesem Grund kam ich zu wenig einsetzen, wie gesagt. Jetzt in der Hinrunde werde ich so viele Einsetzungen bekommen. Ich hatte mal ein paar Einsätze für die Iborische Nationalmannschaft in der 2017. Ich denke, das war ein schöner Spiel. Der deutsche Mannschaft drückt mich ganz fest die Daumen. Ich wünsche dem gesamten Team viel Erfolg und viel Spaß bei dem Team. Ich denke, das liegt hier, es ist ein Schiff auszertes Zahlung und das ist schon ein Schiff. der einen Schiff zu bewischen.